Ja, hi und willkommen bei Check That Snack und heute gibt es wieder ein Produkt von Eddy Einhorn und zwar Pink Popcorn. Ja, ein weiteres Produkt aus der Reihe Einhornprodukte. Das Ganze ist rotes Popcorn süß. Hier haben wir die Zutaten. Auch das kommt wieder von der SSI GmbH, oder besser gesagt, wurde für die SSI GmbH hergestellt. Hier haben wir die Mehrwertangaben. Ja, viel mehr steht da auch gar nicht. Ich würde sagen, wir machen das auch und probieren das. Ja, und das ist eben rosa eingefärbtes Popcorn. Probieren wir mal, wie das schmeckt. Ja, also das Ganze schmeckt wie normales süßes Popcorn. Ist natürlich rosa gefärbt. Wenn ihr also Einhorn-Fans seid, dürfte euch dieses Produkt gefallen. Ansonsten kann man auch das normale Popcorn nehmen. Geschmacklich gibt es keinen Unterschied. Wie findet ihr das? Bis zum nächsten Mal. Ciao.